Ihr habt euch den Football Manager 2024 gekauft und seid auf der Suche nach den besten Mods, um euren FM-Teil aufzupappen, dann ist dieses Video hier genau richtig für euch. Habt ihr den Football Manager 2024 bisher noch nicht gekauft, dann wird es jetzt höchste Zeit. Heute ist Release Day und deshalb nochmal natürlich der Hinweis, dass ihr das Ganze bei meinen Partnern ein bisschen günstiger bekommt. Zum Beispiel bei Eneba für 44,93 Euro, da kommen meistens etwa 3 Euro Gebühren noch hinzu, je nachdem womit ihr das Ganze bezahlt. Und bei Instant Gaming kriegt ihr das Ganze zwar für 40 Euro, da kommen auch noch 20% oder 19% Mehrwertsteuer hinzu, da seid ihr etwa bei 48 Euro. Also momentan sind die Seiten recht ähnlich vom Preis, Eneba noch ein Stückchen günstiger, deshalb könnt ihr auf jeden Fall auch dort dann vielleicht bevorzugt einkaufen. Die Links zu den beiden Seiten sind in der Videobeschreibung, ihr findet dort natürlich auch viele andere Spiele, wie auch zum Beispiel City Skylines 2, was neu rausgekommen ist, was finde ich auch ein sehr cooles Spiel ist. Für mich natürlich momentan nicht interessant, weil für mich jetzt aktuell nur der FM24 zählt. Ich zeige euch heute die verschiedensten Seiten, auf denen ihr die besten Mods für den Football Manager 2024 findet. Außerdem werdet ihr sehen, wo ihr die verschiedenen Sachen dann auch abspeichern müsst und worauf ihr sonst noch achten müsst, damit das Ganze letztendlich einwandfrei funktioniert. Ich werde aber jetzt nicht bei jedem einzelnen Mod bis ins Detail reingehen, ich habe dazu schon bei dem einen oder anderen Video ein extra detailreiches Video gemacht, den werde ich dann jeweils verlinken. Starten wir direkt mal mit den Seiten, auf denen ihr die Mods findet. Am einfachsten ist es tatsächlich, wenn ihr über Steam eine Mod für euren FM findet, denn wenn ihr über Steam auch den FM heruntergeladet habt, dann könnt ihr ganz einfach hier auf Community gehen, auf Workshop, gebt dann hier später in der Suche nochmal Football Manager 2024 ein und dann findet ihr alle Mods, die über Steam für den Football Manager 2024 hochgeladen wurden. Und dann klickt ihr einfach auf den Mod drauf, den ihr haben möchtet und geht auf Abonnieren und schon ist das Ganze bei euch im FM drin. Ihr müsst auf nichts mehr achten und das ist eigentlich der einfachste und beste Weg. Zwei deutsche Seiten sind einmal das Meister-Trainer-Forum, wo ihr auch das beliebte Deutschland-File bekommt, in dem ihr dann letztendlich bis zur Landesliga später in Deutschland spielen könnt. Dieses ist leider für den FM24 noch nicht draußen, es gibt nur eine Vorab-Version bis zur Regionalliga, diese könntet ihr aber jetzt auch schon installieren. Ansonsten könnt ihr noch bei FM2-Erkette vorbeischauen, dort seht ihr auch ganz ganz viele Download-Dateien, die ihr herunterladen könnt. Die zwei letzten Seiten sind dann zwei englische Seiten, da haben wir zum einen einen FM-Scout, der hier auch einen sehr interessanten Part hat und zwar ist das Szenarios. Da habt ihr zum Beispiel die Möglichkeit, die Champions League nochmal rückgängig zu machen, also so wie sie bisher war mit der Gruppenphase und nicht in den Ligasystemen, was dann ab nächstem Jahr im FM auch mit drin ist. Und ansonsten gibt es hier auch viele andere Szenarien, die ihr einmal durchspielen könnt. Sorted Out SI ist bekannt für ganz viele grafische Mods, zum Beispiel die ganzen Spielerbilder, Trikots, Trophäen oder auch die Logos in verschiedenen Designs. Außerdem seht ihr hier links noch jede Menge andere Sachen, die ihr dort herunterladen könnt. Bevor ich euch jetzt die meiner Meinung nach wichtigsten Mods für den Football Manager zeige, zeige ich euch, wo ihr die verschiedenen Mods dann auch abspeichern müsst. Und da gibt es verschiedene Ordner, die für verschiedene Bereiche zuständig sind. Außerdem zeige ich euch noch, was ihr machen könnt, damit ihr diese Mods vielleicht nur einmal installieren müsst. Das heißt, im nächsten Football Manager das Ganze schon abgespeichert habt und nicht in jedem Football Manager die Mods nochmal neu installieren müsst. Ihr habt in der Regel für den Football Manager 2024 einen Ordner, wo eure Spielstände und alle Mods, die ihr installieren könnt, auch abgespeichert werden. Und dieser Ordner ist meistens unter dem Reiter dieser PC, lokaler Datenträger C, Benutzer, Anwender, Dokumente, Sports Interactive und Football Manager 2024. Es kann aber auch sein, dass bei eurem PC das Ganze irgendwo anders ist. Dieser Ordner auf jeden Fall, den könnt ihr theoretisch euch auch selbst ganz woanders abspeichern oder einen komplett neuen Ordner machen. Und das empfehle ich euch eben, einen Ordner zu machen, irgendwo abzuspeichern auf dem PC, den FM User Ordner zu nennen. Und dort werdet ihr dann, wenn ihr den Football Manager, den als euren FM Ordner auswählt, diese Dateien später auch sehen. Das wird dann quasi vom FM dort reinkopiert. Was ihr aber machen müsst, ist dann hinterher nochmal die Spielstände oder andere Sachen, die ihr hier drin gespeichert habt, dann in diesen neuen Ordner rein zu kopieren. Heißt zum Beispiel, eure Spielstände sind unter Games, da geht ihr drauf, kopiert das Ganze einmal und fügt das Ganze in euren neuen Ordner ein. Ich habe jetzt zum Beispiel hier meinen FM User Ordner und dort habe ich vor allem unter Grafiken ganz, ganz viel Gigabyte an Grafiken gespeichert. Das würde unfassbar lange dauern, das Ganze nochmal entweder neu zu installieren oder in den neuen Ordner zu kopieren. Deshalb kopiere ich einfach diesen Ordner oder nutze ich einfach diesen Ordner im Football Manager 2024, was mir unfassbar viel Zeit und auch Speicher für den PC spart. Denn einmal werde ich, wenn ich diese Datei in einen anderen Ordner kopiere, unfassbar lange warten müssen, bis das Ganze drauf ist. Und außerdem habe ich das Ganze dann doppelt auf meinem PC, was natürlich ganz viel Speicher kostet. Wir gehen jetzt nämlich auf Einstellungen und dann geben wir hier oben einfach User ein und dann findet ihr hier oben den User Ordner. Und das ist dann normalerweise den Ordner, den ihr ganz am Anfang gesehen habt und ich habe den dann quasi geändert. Gehe auf Ordner ändern und suche dann den Ordner, den wir jetzt gerade neu gespeichert haben auf meinem PC und wählen den als FM User Ordner aus. Und dann haben wir den Ordner quasi als den Ordner, den wir für den Football Manager nutzen und können dort die Dateien abspeichern. Und im nächsten Football Manager das Ganze hier, diesen Prozess noch mehr machen. Und dann ist wieder dieser Ordner, unser Ordner für den neuen Football Manager und wir müssen nichts bei den Mods verändern. Habt ihr euren User Ordner ausgewählt, solltet ihr danach nochmal den Cage leeren und den Skin neu laden. Das solltet ihr sowieso bei fast jedem Mod machen, damit der dann auch letztendlich wirklich im FM implementiert wird. Deshalb zeige ich euch auch nochmal, wie das Ganze funktioniert und ein wichtiger Hinweis für die Zukunft. Ihr könnt hier bei Zurücksetzen auf dem File nach unten klicken und dann auf Cage leeren und um den Skin neu zu laden, klickt ihr hier einmal auf den Haken und dann seht ihr hier unten schon Skin neu laden. Da klickt ihr dann danach drauf, also immer Cage erst leeren und dann Skin neu laden und dann sollte der Mod oder jetzt in dem Fall der User Ordner auch euer User Ordner für den Football Manager sein. Spätestens jetzt solltet ihr in eurem FM User Ordner, den ihr erstellt habt, diese ganzen Dateien mit drin haben. Es kann sein, dass vielleicht zum Beispiel der Graphics Ordner oder ein sonstiger Ordner nicht hier mit drin ist, dann erstellt ihr diesen Ordner einfach und benennt ihn genauso, wie er hier steht. Also achtet darauf, dass ihr den auch wirklich genauso beschriftet, denn nur dann funktioniert das letztendlich auch. Und ich gehe jetzt mit euch einmal die einzelnen Ordner durch und erkläre euch, für welche Mods diese zuständig sind. Wir starten mit dem Ordner Editor Data, dort kommen alle Sachen rein, die die Datenbank verändern, zum Beispiel dann auch das Deutschland-File, das Liga-Systeme, also solche Sachen, die vor allem die Ligensysteme verändern, die werden alle hier gespeichert. Oder Dinge wie zum Beispiel ein Retro-Safe, den könnt ihr auch hier speichern, also die Datenbank für einen Retro-Safe. Hier haben wir zum Beispiel die Datenbank von 2003-2004, die speichert ihr hier ab. Das ist all das, was ihr vor einem neuen Spielstand dann auswählen könnt für die Datenbank, um diese dann für den Football Manager zu nutzen. Damit es für euch nochmal ganz genau verständlich wird, zeige ich euch hier im Football Manager genau nochmal, was ich meine. Und zwar geht es darum, um diese Sachen, die ihr für einen neuen Spielstand nutzen könnt. Und zwar sind wir jetzt hier auf der Seite, wo wir einen neuen Spielstand starten und sehen hier oben die Datenbank und dort können wir draufklicken und dann quasi die Mods nutzen, die zum Beispiel hier die Luxemburgische Liga nochmal implementiert. Hier seht ihr jetzt auch Sachen, die wir nicht auswählen können. Und das sind noch Sachen vom FM23, die quasi dann ja automatisch mit drin sind, da wir den User-Ordner für den FM23 auch im FM24 nutzen. Die können wir jetzt leider nicht nutzen, da all das, was die Datenbank verändert, leider nicht dem nächsten Football Manager auch genutzt werden kann. Da müssen wir quasi warten, bis das Ganze für den Football Manager 2024 nochmal erstellt wird. Der nächste Ordner ist der Ordner Filters. Dort speichert ihr alles ab, was zum Beispiel für die Spielersuche als Filter genutzt werden kann. Zum Beispiel gibt es ja den Nugent Filter, wo ihr nur die Nugents rausfiltern könnt oder den Filter, den ihr fürs Datenscouten nutzen könnt, um quasi alle Daten zu erfassen. Möchtet ihr Spielstände herunterladen, dann speichert ihr den natürlich unter dem Ordner Games ab. Und als nächstes sehen wir hier dann den Ordner Graphics und das ist somit der wichtigste Ordner für alle Spielerbilder, Wappen, Trophäen und was es sonst noch gibt. Diesen Ordner öffnet ihr dann und speichert dort quasi diese Sachen ab. Wir haben zum Beispiel hier die Bilder, die ihr glaube ich auch als Ordner dann Faces benennen müsst, damit das Ganze richtig zugeordnet wird. Und da seht ihr alle Spielerbilder mit quasi der ID-Nummer des Spielers und dann werden die im FM automatisch zugeordnet. Wollt ihr einen neuen Skin installieren, dann müsst ihr den natürlich auch hier unter dem Ordner Skins abspeichern. Dort findet ihr jetzt von mir zum Beispiel den SARS-Skin, dazu habe ich ja schon ein Video gemacht. Könnt ihr euch auf jeden Fall anschauen. Für mich der beste Skin im Football Manager und auf jeden Fall absolut empfehlenswert. Und ansonsten gibt es jetzt noch den Taktik-Ordner, wo ihr dann quasi meine Bayer Leverkusen-Taktik dann abspeichern könnt. Das wäre aber gar nicht so schlimm, wenn das Ganze nicht richtig abgespeichert ist. Denn ihr könnt die Taktiken auch, egal wo sie auf dem PC abgespeichert sind, dem FM24 mit einfügen. Der nächste relevante Ordner ist der Ordner für die Fake-LNC. Die Fake-LNC ist dafür da, dass ihr die echten Spielernamen habt, die echten Vereinsnamen. Und auch zum Beispiel die deutsche Nationalmannschaft im Football Manager drin habt. Denn wenn ihr diese Fake-LNC nicht habt, dann ist zwar die deutsche Nationalmannschaft mit drin. Ihr könnt die deutsche Nationalmannschaft aber weder spielen, noch sind dort tatsächlich die Originalspieler drin. Und das ist natürlich für uns Deutsche nicht so genial. Für diesen Ordner oder um diesen Ordner zu finden, klickt ihr hier auf eurer Steam-Bibliothek auf dem Football Manager 2024. Und dann könnt ihr hier einfach einmal auf Verwalten klicken und geht auf Verwalten und auf Lokale Dateien durchsuchen. Da wird automatisch dieser Ordner angezeigt. Da ich euch die Fake-LNC ja jetzt schon mal vorgestellt habe, ist das auch der erste Mod, den ich euch jetzt nochmal genau erkläre. Und zwar ist das der Mod, wie eben schon gesagt, der dafür zuständig ist, die deutsche Nationalmannschaft zu haben, wie die Originalvereinsnamen und weitere Sachen. Ihr geht dafür einmal auf die Seite des Meistertrainer-Forums, klickt dann hier oben einmal drauf, geht dann natürlich auf den Football Manager 2024. Und dann seht ihr nochmal genau, was hier verändert wird und die genaue Installationsbeschreibung. Ich habe euch ja schon gezeigt, wie ihr den Ordner findet. Dafür müsst ihr das Ganze dann über Steam so machen, wie ich es euch eben gezeigt habe. Und dort findet ihr dann diesen Ordner hier letztendlich, wo ihr die alte LNC löschen müsst und dann den neuen Ordner, den ihr hier auf der Seite heruntergeladen habt, einfügen müsst. Außerdem müsst ihr noch in verschiedenen Ordnern was löschen, damit das Ganze dann letztendlich auch wirklich funktioniert. Ich zeige euch hier nochmal den Ordner und zwar so sieht der aus. Dann müsst ihr hier einmal auf Data klicken, Database DB und dann haben wir hier für die verschiedenen Football Manager einmal die Ordner. Und da müssen wir jetzt auf 2400 klicken, das ist für den Football Manager 2024. Sobald ein neues Update kommt, kann es sein, dass da nochmal ein Ordner hinzukommt. Und sobald das passiert, müsst ihr diese Fake-LNC nochmal neu dort in diesem Ordner anpassen, damit das Ganze dann auch weiterhin so funktioniert, wie es vorher war. Denn ansonsten ist alles wieder rückgängig gemacht worden und die Nationalmannschaft ist quasi wieder draußen. Also bei jedem Update müsst ihr leider diesen Vorgang nochmal machen. Hier ist die LNC, die ihr löschen müsst und dann nochmal neu einfügen müsst. Und dann habt ihr eben schon gesehen, einmal müssen wir hier bei DBC Sachen löschen, dann einmal bei EDT. Ich glaube, ihr müsst hier nochmal eins weitergehen auf permanent und dort gibt es halt dann ein paar Dateien, die ihr einfach löschen müsst. Mehr ist das Ganze nicht. Das ist auf jeden Fall deutlich einfacher, als es am Anfang aussieht. Und wenn ihr das Ganze gemacht habt, dann ist schon alles so, wie ihr es haben wollt. Das zweite absolute Must-Have auf der Meister-Trainer-Forum-Seite ist auf jeden Fall das Deutschland-File, mit dem ihr später bis zur Landesliga in Deutschland spielen könnt. Und dort sogar in den Oberliga-Vereinen zum Großteil die kompletten Kader mit drin habt. Und dort könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Ihr findet das Ganze unter Editor-Dateien, Datenbank-Erweiterungen. Dann wird hier später irgendwann was Neues aufploppen. Wie zum Beispiel jetzt hier FM24 Deutschland Mod Bundesliga bis zur Regionalliga, wird dann quasi bis zur Landesliga mit drin sein. Und dort findet ihr dann quasi die Download-Datei. Das ist jetzt quasi jetzt hier die Vorab-Version, wo ihr schon bis zur 4. Liga spielen könnt. Das ladet ihr einfach herunter, speichert es unter Editor-Data und habt es im FM24 drin. Alternativ könnt ihr später das Ganze sogar über Steam herunterladen, da ist der Weg ja natürlich deutlich einfacher. Alles was ihr an Grafiken haben möchtet, findet ihr auf der Seite FM2-Erkette. Dort werdet ihr dann auf die verschiedenen Seiten weitergeleitet. Hier habt ihr aber auf jeden Fall einen guten Überblick über die verschiedenen grafischen Mods. Zum Beispiel die Spielerbilder, Wappen, Pokale, Titel, Trikots, Stadien. All das könnt ihr quasi herunterladen und euch dann grafisch im FM anzeigen lassen. Ihr könnt vielleicht nochmal auf den verschiedenen Seiten, auf den englischen Seiten nochmal genau gucken, was es da vielleicht auch für Spielerbilder oder Wappen gibt. Die sind manchmal unterschiedlich. Zum Beispiel hier bei Sorted Out SI haben wir ja schon gesehen, dass wir hier entweder das Spielerbild ausgeschnitten haben oder hier in so einem Rahmen oder in Action sozusagen. Die Trikots sind dann einmal ein bisschen verschieden. Oder hier bei den Wappen sehen wir auch nochmal, wie die unterschiedlich aussehen. Da kann man sich einfach das raussuchen, was man am schönsten findet. Möchtet ihr einen Retro-Safe spielen, dann findet ihr diese bei FM-Scout oder später vielleicht dann auch auf Steam. Ihr seht jetzt hier, dass momentan nur Retro-Saves für den FM-23 möglich sind. Aber ihr könnt das Ganze ja so machen, dass ihr, wenn ihr den Football Manager 2023 habt, erstmal das Ganze für den Football Manager 2023 installiert, dann einen Save startet und den in den FM-24 übernehmt. Dann ist das Ganze auf jeden Fall für den Football Manager 2024 jetzt schon möglich. Ansonsten müsst ihr warten, bis solche Retro-Saves auf den FM-24 draußen sind. Als Skin habe ich euch ja den SARS-Skin empfohlen. Ihr findet aber auch jede Menge andere Skins auf der Seite von FM-Scout. Da könnt ihr ja mal durchsuchen. Und vielleicht gibt es ja einen, den ihr noch besser findet. Hier zum Beispiel OPZ Elite ist auch ein sehr beliebter Skin. Da müsst ihr einfach am Ende schauen, womit ihr am zufriedensten seid. Ich bin einfach mit dem SARS-Skin so zufrieden, weil du einfach so viele Details direkt im Überblick hast und dir ganz viel Klicken ersparst. Warum genau und wie das Ganze aussieht, das findet ihr, wie eben gesagt, auch in dem Video, was ich schon zum SARS-Skin gemacht habe. Für mehr Realismus sorgt der gute Dave. Er verändert quasi all das, was er für unrealistisch befindet, so dass das Ganze nochmal richtig realistisch ist. Er geht sogar an die kleinsten Ligen rein und passt dort zum Beispiel die Finanzen nochmal an oder sorgt auch dafür, dass die Jugend-Ratings nochmal realistischer sind, die Transfer-KI. Also schon sehr interessant. Ihr findet die Download-Datei später auch hier bei FM2-Kette. Momentan gibt es nur einen Vorabzugriff auf Patreon, aber da wird es auf jeden Fall bald auch eine richtige Version geben. Den letzten Mod, den ich euch heute vorstelle, ist der New-Gen-Manager. Einer der wirklich genialsten Mods, denn mit dem sorgt ihr dafür und ihr seht es hier schon, Goodbye Plastikköpfe, dass quasi die New-Gens echte Spielerbilder bekommen, die generiert sind und hier gibt es bei FM2-Kette sogar jetzt nochmal ein neues Facepack, was unfassbar gut aussieht. Das könnt ihr euch auf jeden Fall hier bei FM2-Kette herunterladen. Den New-Gen-Manager bekommt ihr auf der Seite SortedOutSI. Ich habe dazu schon mal ein Video gemacht, wie ihr den New-Gen-Manager herunterladet. Ihr könnt aber auch gerne mal aktuellere Videos euch anschauen. Ich weiß nicht, inwiefern das von meinem Video noch aktuell ist, aber das müsste eigentlich noch eins zu eins funktionieren. Ich werde mich damit auf jeden Fall demnächst nochmal befassen und dann werden wir auch in unserem Safe dann mit Eintracht-Trier, was bald auf uns wartet, diesen New-Gen-Manager auf jeden Fall drin haben, damit wir in Zukunft immer die echten oder solche echt aussehende Spielerbilder für unsere New-Gens im FM24 mit drin haben. Das war es schon wieder von dem Video hier. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen und ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Ich empfehle euch auf jeden Fall jetzt auch regelmäßig auf den verschiedenen Seiten, vor allem auch auf Steam vorbeizuschauen, denn dort ist das Ganze ja, wie gesagt, einfach deutlich einfacher herunterzuladen und dort findet ihr vielleicht dann irgendwann auch nochmal diesen Mod, wo ihr bis zur 10. Liga in England spielen könnt, auf jeden Fall auch unfassbar interessant und so findet ihr mit Sicherheit noch andere interessante Mods, die ihr für den FM24 mal ausprobieren wollt.